Warum liefen wir das zweimal ab? Ach, weil da auch noch Industrie ist. Ah, okay. Okay, uh-huh. Ist das da weg? Jetzt ist die Frage, ob wir hierfür nie nochmal einen... Ja, wie soll ich sagen, hier einen extra Bahnhof anlegen, was dann im Grunde so aussehen wird. Probieren wir mal. Bau nicht möglich. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss hier komplett neu bauen. Okay, äh, momentchen, ja. Weil wir müssen hier natürlich gerade raus. Das ist logisch. Jetzt heißt, ich ziehe das auch bis hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Bahnhof machen möchte. Die Frage ist, warum snappt der da immer ein? Okay, der wäre aber auch zu weit. Dann machen wir das mal hier. Okay, da ist noch Luft. Okay, da ist jetzt nicht mehr Luft. So, wäre doch super. Aber wir brauchen keine Oberleitung. Das ist natürlich Kühdorf. Ähm, Güter. Und hier wäre das hier Kühdorf-Zentrum. Also auch das hier, das ist auch Kühdorf-Zentrum. Wunderschön. Also nochmal, hier nochmal die 80. Oh, was habe ich denn da jetzt schon wieder gemacht? Da machen wir die 80. Ja, dann machen wir das so. Das können wir selbstverständlich so lassen. Und dann können wir das hier anbauen. Und dann haben wir hier 62. Ah, haben wir nicht mehr ganz. Okay. Oh Gott. Und dann? Okay. 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 Da wird es einfach weniger, fertig aus. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier das so hinkriegen, das ist brillant. Dann können wir das noch so machen, dann machen wir das so und so und so, hier auf der Seite natürlich so und so, dann kommt hier ein Sinn, da ein Sinn, dann kann man von mir aus noch gerne da ein Sinn machen. So, ein bisschen angleichen noch, damit es gut aussieht, das ist bei mir immer wichtig, ja. So, wunderbar. Na, da müssen wir auch wieder ein bisschen aufschütten. Das ist halt alles entstanden, wo es dieses Tool halt noch nicht gab, besser gesagt, wo halt das Tool nicht überschienen geht. Ist ja dann logisch, dass man dann nacharbeiten muss. So, das heißt, einer von denen hat sich ja dann jetzt gedreht. Genau. Der hat sich gedreht. Der hat sich auch gedreht. Ist das der gleiche? Nee. Okay, wo ist der andere? Ist das das hier? Nee. Ach, da oben geht ja eh bloß einer hin, genau. Das heißt, das klicken wir mal an. Denn du gehst jetzt nicht mehr da hin, sondern du gehst da hin. Okay. Okay. Okay, warum ist jetzt hier der Bau nicht möglich? Auch nicht schlecht. Muss man jetzt nicht irgendwie verstehen oder so. Das klappt. Wunderbar. Jetzt brauchen wir hier die blaue hin. So. Damit die das auch weiß. Zack. So. Und die startet natürlich auch von hier. Und zwar von rot. Schicken wir jetzt einfach mal da drauf. Mal gucken, ob es funktioniert. Und schicken wir da hin. Zack. Wunderbar. Das ist dann Lebensmittel Dornburg. Perfekt. So. Jetzt wollen wir hier irgendwo einen Depot. Ah ja, haben wir ja. Jetzt ist halt die Frage, ob wir die Strecke vielleicht doch nicht elektrisch machen, weil sie ist dann doch schon ziemlich lang. Hm. Was haben wir denn hier so? 4.000 PS. 4.500. Der hat halt 2.2. Das heißt, da wäre ich dann auch bei 4.500. Und dann wären wir dann bei 4.500. 4.000 PS. 5.000 PS. 5.000 PS. 5.000 PS. Nehmen wir einfach mal 2, denn ihr transportiert Lebensmittel. Nehmen wir mal woanders. 5 und dann setzen wir die hier hinten dran. Die duplizieren wir, setzen die auf die Linie. So, mal schauen, da raucht es schon raus. Sehr schön, lassen wir die mal fahren. Die Beschleunigung ist ja dann eher mal so, ja die geht eigentlich. Also die Zahl steigt da stetig an. Machen wir mal noch eine Mitfahrt. Bin ich mal sehr gespannt, wie das aussieht. Äh, wie es aussieht, wenn wir da durch die Stadt fahren. Durch Kühdorf. Es wird wichtig, kann man Gu blah sein. Ich war eigentlich immer ein Mal zur Zwischenzeit, die Stadt waren nicht bereit. Ich habe jetzt nicht komplett drauf. Wie kann ich sorry machen? Da haben wir noch einen unbeschrankten Bahnübergang, das muss ich auch noch umändern, mal unbeschrankt, ja gut, kann man ja mal machen, aber wir sind ja dann auch hier